Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Hunting Mythos und ich bin wieder Oxygen Not Included. Ich habe mir mal gerade einen kleinen Überblick verschafft und das Ding ist ja nur fertig, das können wir jetzt Ewigkeiten in Ruhe lassen. Ich habe festgestellt, dass Toiletten ist total mies und Sauerstoff ist eigentlich auch eine totale schlechte Idee, wie wir das hier aktuell machen und das sind jetzt die nächsten Ziele tatsächlich. Ich würde sagen, Sauerstoff bauen wir hier unten und Toiletten stellen wir auch woanders hin. Ich könnte mir fast vorstellen, hier oben hin. Dann könnte man hier oben noch einen kleinen Raum für irgendwas Sinnvolles machen, aber das allererste ist erstmal Wischen. Okay, im Augenblick kapert es nämlich statt mit dem Sauerstoff. Wie man hier sehen kann, ist das irgendwie so, naja, ich würde es jetzt nicht eingequetscht nennen, aber eingequetscht und es ist ungünstig. Das wollen wir so nicht. Daher habe ich mir überlegt, wir bauen jetzt hier oben zumindest schon mal theoretisch die ganzen benötigten Dinge hin für unsere automatische Toilette. So, jetzt wo die Tür weggenommen wird, könnte man theoretisch schon mal sagen, man baut dann halt dementsprechend zwei von denen hier hin. Dann hätte ich gern zwei Showers daneben und zwei Toiletten daneben. Dann können sie auch mal in Ruhe duschen gehen. So, dann wollen wir das erstmal bauen und dann ist der nächste Plan rein theoretisch gesehen. Erstmal da oben den Raum dicht machen. Ich müsste es nicht mal so gequetscht aufstellen, sondern kann theoretisch sogar noch. Wir canceln das mal hier, zerlegen die nochmal und setzen die nochmal neu. Ich möchte da Statuen zwischenstellen. Wir haben ja genug Platz in dem Raum. Ich glaube, der ist nicht zu groß. Das heißt, ich mache da die Toiletten stattdessen hier hin. Und ich muss sagen, das ganze Ding hat sich richtig, richtig schön abgekühlt drumherum. Hier oben ist es noch ein bisschen doll warm, aber das kommt ja demnächst noch. Und sobald wir eine Keuchwurz besitzen, setzen wir die sowieso erstmal da rein. Dann geht der ganze Prozess ja schon von vornherein los. Etwas zumindest. Jetzt ist nur doof, dass der Dampf sich hier nicht abkühlen kann. Das kriegen wir aber noch hin. So, schaut mal. Wir haben mittlerweile sogar schon die Fire Poles, die ich dann, ich würde sagen, an der Innenseite baue. Naja, das ist glaube ich keine so schlechte Idee. Wir müssen uns bloß langsam mehr um das ganze Zeug hier kümmern, weil die das nicht mehr so richtig machen. Ansonsten haben wir gleich ein großes Essensproblem und das muss absolut nicht sein. Aber die haben hier die ganzen anderen Kram gleich zu Ende gebaut und das geht dann also schon. Ganz kurz Zeit lassen einfach, weil auch die ganzen Dinger hier müssen an für sich beliefert werden. Und ja, das ist langsam so ein bisschen, ja, haben ein bisschen viel Druck gemacht mit dem ganzen Geysirkram und so. Daher müssen wir da ein bisschen schauen, dass wir das jetzt in den Griff kriegen wieder. Zumindest wird im Augenblick wieder geerntet. Das ist schon mal sehr gut. Also wie gesagt, das kommt alles langsam wieder in Waage und kriegen wir hin. Was mich gerade stört, ist, dass die immer durch diese Tür durchgehen. Das ist so, ich mache die jetzt mal weg. Ich werde da einfach zubauen und dann können die da nicht mehr rein und weder rein noch raus. Die Toilette steht. Was ich jetzt noch machen werde, ist oben drüber ein Reinigungssystem stellen. Das wir noch nicht mal besitzen. Das ist ungünstig, aber müssen wir jetzt mit Leben. Das müssen wir wohl erforschen als nächstes. Gut, die erste Keuch wurde jetzt ausgegraben. Ich habe jetzt extra mit hoher Priorität dort das eine Ding wegboxen lassen. Jetzt sollen die hier vorne mal tatsächlich das wegräumen. Ein paar Kleinigkeiten mit wegnehmen hier schon mal. Was ich zumindest schon mal machen könnte, wäre das Wasser hier oben anschließen, dass wir mal ein bisschen Wasser nach oben bekommen. Das wäre gar nicht mal so blöd, dass dann zumindest schon mal das System soweit angeschlossen ist. Da können wir das zumindest erst mal so benutzen, wie es jetzt ist. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, wie kriegst du denn den jetzt kalt? Im Grunde ist das ganz einfach. Ich mache das ja mal mit Loster Priorität. Sobald der Raum oben drüber kühl wird, kannst du hier diese Kabel drüber hängen. Das Gold ist dafür zuständig, die Wärme von innen nach außen zu leiten, beziehungsweise auch andersrum. Das heißt, wenn es hier super kalt ist, hier super heiß, wird das Ding mehr oder weniger Mittelpunkt finden. Es ist nicht zwingend immer richtig und nicht zwingend immer genau. Aber das ist der Plan. Das heißt, sobald das hier oben ein bisschen kühler ist, was ja nun langsam runter geht, werde ich hier das Ding abschließen. Und die bauen trotzdem mit so einer direkten Priorität das Ding fertig. Es ist interessant. Wir haben jetzt endlich unser Wassersieb. Ich werde es dieses Mal nicht oben drüber drunter stellen, zur automatischen Reinigung. Denn ich finde es nicht gut, um ehrlich zu sein. Ich werde das dann halt anders machen, und zwar von hier drüben reinigen und rüber schicken. Das Wasser hier so hoch schicken, und dann können wir das hier drüben benutzen für diese ganzen Sachen. Ich könnte im Grunde das gute Wasser in den Geysir pumpen rein, theoretisch gesehen. Dann würde ich sagen, ich hätte hier vorne gern das Ding so hingestellt. Mesh-Tiles drüber. Und erst mal eine Pseleiter dran. Dann können wir das hier Stück für Stück ausbauen und dann dafür benutzen im Endeffekt. Keimfrei ist es ja hier drin, also sollte es relativ gut gehen, denke ich. Wir haben jetzt also unseren mechatronischen Ingenieur. Hat lange gedauert, ihn dafür auszubilden, aber es wird sich dann lohnen. Und wenn wir die Toiletten, die wir hier haben, die habe ich eigentlich total blöd aufgestellt, wenn ich mal so recht überlege. Und die unten, du kommst ja immer wieder hier durch und musst dich ja theoretisch immer wieder, äh, müsste immer wieder die Hände waschen eigentlich, wenn du Schleim mitnimmst. Deswegen würde ich sagen, ich versetze die Toiletten doch lieber nach unten. Okay, ich würde sagen, das funktioniert jetzt relativ gut so. Schließen wir das einfach mal an. Dann dürften unsere neuen Toiletten jetzt funktionieren. Dann kann ich die alten nämlich gleich abreißen, die sind total wertlos jetzt. Und schon ist das ganze Ding nahezu fertig. Also wir müssen noch das ganz eklige Mistzeug hier wegräumen, was hier rumliegt. Gut, kommen wir wieder zu der Stange, die wir hier eigentlich einbauen wollten. Damit die Leute sich ein bisschen schneller bewegen. Und zwar dachte ich mir jetzt tatsächlich, wir zimmern die jetzt einfach vorne runter. Mal ganz kurz schauen. Ja, wir werden die später tiefer runter gehen. Beziehungsweise werde ich die erstmal hier vorne hin machen. Dann sollte ich das vielleicht Innenseite. Genau, Innenseite ist eine gute Sache. Dann könnten wir ja theoretisch jetzt anfangen, Sauerstoff herzustellen, würde ich mal so behaupten. Also mein Plan wird es sein, es ist ja alles sehr, sehr kalt hier oben, das hier als maximalen Raum zu benutzen. Ich habe jetzt hier schon mal vorgeplant, das wird unsere Sauerstoffherstellung. Und sieht ja bis jetzt ganz nett aus. Ich werde das dann so machen, dass wir hier den Sauerstoff machen und hier unten dann das Ganze rauspumpen. So habe ich das letzte Mal gemacht. Das hält relativ lange an, bis es dann plötzlich zu kalt wird einfach. Und dann müssen wir dann mal schauen, ob wir da noch irgendwas finden. Und das ganze Ding etwas zu kühlen. Aber ich lasse das jetzt erstmal so bauen, damit die die Grundvoraussetzungen zum Beispiel, dass sie runtergehen können und so, dass sie nicht stecken bleiben und so ein Kram. Unser Erdgas wird auch dünn, aber der Geysir ist jetzt 43 Cycles damit beschäftigt, uns hier Sauerstoff auszuspucken. Also das wird schon eine ganze Weile gehen. Ich habe das jetzt hier oben so eingebaut. Das ist jetzt nicht besonders schön. Aber für den Anfang reicht es erstmal. Sollte funktionieren. Ich werde demnächst auch noch einen zweiten Generator da reinstellen. Sobald wir dann ein bisschen Platz dafür haben. Beziehungsweise ich mir überlegt habe, wie ich das mit dem ganzen Außenrum mache. Das ist ja alles noch nicht ganz klar. Ich frage mich gerade, warum Biff da eingeschlossen ist. Ich habe denen gesagt, die sollen den Boden austauschen. Und jetzt steht er da drin und kommt nicht mehr raus. Das ist sehr, sehr schön. Das haben sie super gemacht. Und wir haben auch ein großes Problem mit dem Essen gerade. Wir haben eine Menge zu essen da, aber niemand kümmert sich gerade darum. Was ich überhaupt nicht verstehe, weil die Prioritäten davon viel höher sind. Ich überlege jetzt tatsächlich einen Farmer dazu zu holen. Weil der Farmer wäre eigentlich relativ sinnvoll. Er würde das da oben etwas besser bearbeiten, würde ich sagen. Wir haben hier jemanden, der tatsächlich farmen möchte. Hat aber Null in Farming. Das ist absolut sinnfrei. Den nehmen wir also keinen erstmal. Ich dachte mir gerade, wir können mal wieder forschen. Und zwar langsam mal anfangen, Metalle herzustellen. Wir brauchen die Metalle dann für die Automatisierung. Und das sollte jetzt eigentlich ein relativ gutes Ziel sein, Dinge zu bauen, die man automatisieren kann. Oder alle allgemeinen Sachen zu automatisieren. Zum Beispiel habe ich vor, statt der Mealwood Dusk Caps anzupflanzen. Ich bin nur noch nicht ganz sicher, wo. Weil das hier alles so schön kühl ist noch. Könnte man ein warmes Gebiet nehmen und einfach mit Keuchwurz ausfüllen. Das habe ich letztes Mal so gemacht. Ich muss nur noch mal dort reinschauen, wie es ausgesehen hat. Ich würde es gerne so kopieren, ganz simpel. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, den Geysir abzuschließen. Dann wird der sich super schnell abkühlen. Hier oben. Dann wird das hier runtergehen. Und dann ist der im Augenblick sowieso deaktiviert. Das heißt, ich versuche das zu verflüssigen. Das Ganze, den ganzen Dampf. Und dann reinzugehen, um mal einen Blick reinzuwerfen. Den weiter erforschen zu können. Dafür müssen wir das Ding aber auf 60 Grad runterkühlen. Das dauert jetzt also eine ganze Weile. Deswegen mache ich jetzt hier diese Notschließung, sage ich einfach mal. Weil das Ding hier um wird super schnell kalt werden. Jetzt noch einen kurzen Überblick. Wir haben jetzt hier das Wasser, das hier hergestellt wird. Das geht jetzt hier rein in die Maschinen, die wir dafür brauchen. Und Egelwasser kommt raus. Von überall her. Das ist also schon mal eine gute Sache. Wir haben jetzt hier vorne unseren ersten Ansatz für unsere Maschinen. Was jetzt auch nicht gerade eine schlechte Sache ist. Ich werde das jetzt hier zum Beispiel so abschließen, dass man da so rauf kann. Und jetzt Stück für Stück das ganze Ding hier fertig bauen, bis wir unser Sauerstoff eben haben. Das heißt, das ist der Plan fürs nächste Mal, dass wir das dann hier komplett fertig bauen. Das nächste Mal, hoffe ich, würde ich gerne hier vorne den Raum erweitern. Der ist so ein bisschen umbauen, sage ich mal. Dafür müssten wir aber vorher die ganzen Gase rausholen. Macht halt nicht so viel Spaß, aber das müssen wir halt hinkriegen, weil das ist super ätzend an für sich. Und vielleicht ein bisschen weiter forschen gehen, das wäre auch eine coole Sache. Wenn wir dann einfach bis hier so graben zum Beispiel und dann hier sagen, okay, geht's hier erst mal weiter. Aber all das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Spiel findet und was man vielleicht verändern oder verbessern könnte. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.